Heute wollen wir unseren Hund anmalen. Nicht nur das Halsband, sondern komplett alles. Damit er zum Beispiel so komplett blau aussehen kann. Und wie das funktioniert, zeige ich dir. Schon süß, so einen Hund zu haben, ne? Aber ob das so ganz gesund ist, seinen Hund komplett anzumalen, das wird die Zeit zeigen. Aber wir wollen erstmal gucken, wie kriegen wir dann so einen Hund. Dafür brauchen wir ganz einfach einen Chatbefehl. Den habe ich mir hier schon mal aufgeschrieben. Und zwar spawnen wir einfach nur einen Wolf, Spawn Location ist egal. Und dann einfach Minecraft, den Doppelpunkt und Tame. Sobald ihr das habt, kriegt ihr den Hund. Wollen wir mal gucken? Zack, da haben wir ihn schon. Und den können wir uns jetzt auch einfach mal anmalen. Er hat mir hier ein bisschen Farbe gleich mal rausgeholt. Und schon kann ich den Hund anmalen, wie ich möchte. In jeder meiner Lieblingsfarben. Jetzt kannst du selber deine bunten Hunde auf dem Server verteilen. Vielleicht verschenkst du sie auch an ein paar Freunde. Aber ansonsten war es das hier heute wieder. Wenn du natürlich solche Videos nicht mehr verpassen willst, vergiss den Kanal nicht zu abonnieren. Du findest auch noch solche Videos oben in der Infobox verlinkt, falls du noch mehr davon sehen möchtest. Andernfalls bedanke ich mich für immer fürs Zusehen. Wünsche dir noch einen schönen Tag. Bleib gesund. Haut's rein. Und ciao. Tschüss. 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 Tschüss.